Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 419. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und eine Weltpremiere. Der Basti kann die ganze Scheiße nicht mehr ertragen, deswegen sendet er heute live aus dem Bad. Hi Basti. Guten Tag. Ja, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Wir nehmen jetzt hier gerade oder wir nehmen jetzt hier direkt gerade nach diesem Gladbach-Spiel auf und müssen dringend über das reden, was da passiert ist. Allerdings am Anfang natürlich hier wieder, wie sich das so gehört, ein bisschen Housekeeping. Ja, wir haben wieder ganz viel Unterstützung von euch bekommen, auch in diesem Monat und zum Jahresende. Von daher vielen, vielen Dank stellvertretend an den Dennis. Ein anderer Dennis als der Dennis, der hier gerade mitnimmt. Danke, Duke, dass du uns unterstützt hast. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Genau, ich habe von Vereinzelten gehört, die irgendwie Schwierigkeiten hatten mit den Überweisungen, die irgendwie wieder zurückkamen, teilweise auch von Menschen, die uns schon regelmäßig mit Überweisungen unterstützen. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann sagt mir da gerne Bescheid, dann nehme ich im Zweifelsfall nochmal mit der Bank da Kontakt auf, weil mich interessieren würde, ob das ein Einzelfall war oder was da der Grund ist. Also da einfach nochmal die Info, wenn ihr da was in der Richtung habt. So, und jetzt müssen wir über die beiden Spiele sprechen und wir haben gerade eben im Vorfeld schon so ein bisschen gerätselt, wollen wir da überhaupt drüber sprechen? Basti hat gesagt, er hat gerade wenig Energie. Ich habe gerade irgendwie ganz viel Energie und will irgendwie am liebsten schreien. Dennis hat schon gesagt, der Fernseher wäre fast aus dem Fenster geflogen. Das war jetzt schon sehr schwere Kost, oder? Dieses 3 zu 3. Ich könnte jetzt mal die klassische Frage stellen. Basti, wie geht es dir denn nach diesem Spiel? Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kapazitäten mehr. Also wie Corona wissen wir alle, was los ist. Man steppt so durch. Fußball hat einen ein bisschen abgelenkt. Die Eintracht hat umzu wenigstens noch einen Punkt. Ich habe das Gefühl, ich bin, was das betrifft, am Ende meiner Kapazitäten. Ich habe ja bei Twitter geschrieben, ich kann nichts mehr sagen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich kann nichts mehr sagen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird es das eh nicht sein. Ich werde euch jetzt gleich voll haben. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Weil es halt auch eine Gemengelage ist. Du kannst dich nicht auf ein Problem stürzen. Mir wäre es jetzt zu einfach zu sagen, der Hütter muss weg. Das war diesmal, der Kommentator hat mich aufgeregt, der Scherl hat mich aufgeregt, das Spielpächer hat mich aufgeregt und die Dummheit vom Barguckerminn hat mich auch aufgeregt. Gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, das ist nicht so. Ich bin nicht in dem Modus wie Dennis. Ich bin, glaube ich, schon eine Stufe weiter. Ich habe nicht mehr die Kraft, meinen Fernseher einzuwerfen. Ich habe einfach nur die Mut, meine Hände hängen zu lassen und zu sagen, ich habe keine Ahnung mehr. Also das ist so dieses Ding, Corona und diese Saison müssen so schnell mit mir vorbei gehen. Die Saison ist aber ja noch nicht mal zur Hälfte rum. Corona auch nicht! Das ist allerdings richtig, ja. Mann! Ja, jetzt muss jemand anderes was sagen. Ich habe meine ganze Kraft jetzt rausgehauen, Alter. Ich bin so ein Spieler, ich komme aus der Verletzung, dann heißt es ja so oft, lass sie mal 5 Minuten spielen, dann musst du ihn sofort wieder rausnehmen. Du musst mich nach 5 Minuten wieder rausnehmen. Mehr Kraft habe ich noch nicht. Ich brauche ein bisschen Aufbau-Training. Ja, kein Problem. Dann wechseln wir jetzt einfach Patricia als zweite Stürmerin ein und dann kann die jetzt mal sagen, wie es ihr nach diesem 3 zu 3 geht. Wie viele Fernseher sind bei dir geflogen? Ja, keiner. Also ich habe schon im Vorgespräch gesagt, mir ist irgendwie zwischenzeitlich fast ein Stimmband gerissen, weil ich konnte es halt nicht, also es war sehr schwer zu ertragen. Alles, also wie Basti schon gesagt hat, der Schiri, der Kommentator, das Spiel, das Pech, alles, das war mir ein bisschen zu viel und ich habe, glaube ich, letzte Woche oder so schon gesagt, ich dachte, das wäre so dieser Punkt gewesen, wo ich sage, okay, das war jetzt zu viel und ich kann nicht mehr. Das war noch nicht der Punkt, der war heute, glaube ich. Also der war wirklich heute, weil, ja, es ist einfach, ja, ich suche nach Worten. Ich habe es auch noch nicht ganz verarbeitet, weil, ja, das war zu viel und ich bin auch ein bisschen fassungslos insgesamt. Man muss aber doch sagen, Leute, ich hatte ja heute zwei Momente, wo ich hier alles zusammengeschrien habe, beziehungsweise am liebsten auch den Fernseher aus dem Fenster geschmissen hätte, nämlich einmal diese geile Aktion zum genialen 3-1, was man wirklich sagen muss, wow, Barcock, was macht er da geil, einfach nur saugeil und dann, ihr habt es schon angesprochen, dann gab es die Situation, Barcock, diese beschissene Elfmeter auf der anderen Seite, da krass dich fast aus, wie man so eine Scheiße bauen kann, das ist wirklich, da werde ich wahnsinnig. Und dann dieses 3-3 am Ende, ich muss wirklich sagen, wer das erträgt und das ist normalerweise, Basti, du sagst immer so schön, diese Wellen, von denen du dich ja immer auch versuchst zu lösen, die Emotionswellen und zu sagen, wenn ich da mitgehe, dann gehe ich kaputt. Im Moment, ich habe mich mal wieder anstecken lassen. Heute war so ein Spiel, ach komm, da guckst du mal, das war, habe hier nichts erwartet gegen Gladbach, wir haben doch wirklich alle nichts erwartet, dann geht das Spiel und du machst wirklich da so geniale Tore, so geniale Momente wie das von Barcock und dann kommt so eine Scheiße und dann kommt ja auch noch alles dazu, diese gelb-rote Karte gegen Abraham, was auch wieder ein Mist war. Dann der Schiedsrichter, die generelle Leistung von den Schiedsrichtern und oh Mann, also wirklich Leute, ich bin fix und fertig, ich muss wirklich sagen, es ist grauenvoll, aber tatsächlich und das ist wirklich was, das Spiel ist jetzt gerade mal wie lange, 20 Minuten rum und trotzdem ist es für mich sowas, ich ziehe momentan tatsächlich noch ein bisschen Kraft von diesen geilen Situationen, die heute auch in diesem Spiel vorkommen sind. Silva, was war das wieder, das ist doch wirklich mal ein Stürmer, den wir da haben, der auch mal abliefert. Dann auch die Aktion von Barcock, was offensiv gelaufen ist, geil, einfach nur geil. Natürlich die Situation und wenn du dann noch, wir haben ja, wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit über das Gladbach-Spiel, wenn du dann noch Wolfsburg dazurechnest, dann müsste man normalerweise hier tief traurig in der Ecke sitzen, müsste weinen und in die nächste Depression verfallen, so ungefähr. Aber es gab heute für mich auch mal wieder, zumindest an der einen oder anderen Stelle, Grund zu jubeln, Grund mich zu freuen und Grund auch richtig hier auszurasten. Wenn dann, wie lange hatte ich das schon nicht mehr? Und das ist doch eigentlich schön, wenn man jetzt mal das andere alles ausblendet, was alles noch nach der, ich weiß gar nicht, in welcher Minute ist denn der Gegentreffe der erste gefallen, neunzigsten der Elfmeter. Drei, zwei. Ja, drei, zwei. Der war in der neunzigsten und der Ausgleich war dann in der fünfundneunzigsten. Also wenn das natürlich alles rausnimmst, dann ist es eigentlich ein sehr schöner Tag gewesen. So ist das Resümee natürlich am Ende sehr, sehr bitter. Ich fand, es war, wenn, dann tatsächlich nur bis zu dieser Mittelfeldaktion und der gelb-roten Karte ein schöner Tag. Ja, hast recht. Aber ab dem Zeitpunkt, auch mit den Wechseln, die danach kamen, aber wir nehmen uns jetzt wieder sehr viel vor auf so einmal, war es so ein bisschen schwierig. Also danach hat es stark nachgelassen und man konnte ja irgendwie als geneigter Eintracht-Fan schon sehen, auf was das drauf hinaus räumt. Ehrlich gesagt nicht, finde ich. Ich fand nicht, ich fand, dass die Eintracht Gladbach gut im Griff gehabt hat. Und das hat sich ein bisschen verselbstständigt plötzlich. Beim Dortmund-Spiel hast du gesehen, ja, okay, wenn das jetzt so weit geht, fällt gleich das Tor. Ehrlich gesagt habe ich das auch nicht gesehen. Und René, eigentlich hast du es ja gesagt, dass diese Nummer von Bakok, das hat Gladbach sicher nicht gespielt. Dass der da wie Vogel wild in der Umgebung ist. Völlig ohne Not. Das hat ja nichts mit Gladbach zu tun. Das hat nichts mit Gladbach zu tun. Das war reine Dummheit. An dem Punkt war ich auch noch so ein bisschen nachsichtig tatsächlich, weil ich gedacht habe, okay, der ist jetzt einfach hochmotiviert, das ist noch ein junger Kerl. Nee, das ist dumm, sorry. Da muss man sagen, ganz ehrlich, weil das unterscheidet gute Spieler von sehr guten Spielern. Wenn die vorne die Genialität haben, aber hinten dann diese komischen Sachen abstellen, das hat Eintracht nicht. Also da muss man ganz klar sagen, ich will nicht wissen, was passiert wäre und was weiß ich, wahrscheinlich in Spontan-Demos stattgefunden auf der Straße, wenn diese Nummer Illsanker passiert wäre. Ich will es nur mal vergleichen. Dann will ich nicht wissen, was draus losgewinnen wäre. Ja, das stimmt. Das ändert nichts an der Situation. Das ist eine Katastrophe, diese Situation. Und du holst damit die Gladbach überhaupt erst ins Spiel. Glaub mir mal, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr gedacht haben, ach, weißt du was, das ist eh noch. Auf gar keinen Fall. Die Eintracht hat die Eintracht hingewiesen. Das ist wie, ich habe den Vergleich schon aufgebracht. Das ist wie, als ich einmal im Kaufhof war und der Opa einfach ohne Not zu dem Verkäufer geht und sagt, ich habe den Hut bezahlt. Der Verkäufer hat ihn überhaupt nicht im Verdacht gehabt. Stellt sich raus, der Opa hat den Hut geklaut. So hat die Eintracht das heute gemacht. Das geht nicht. Es tut mir leid, weil die Eintracht, und ich weiß, Patricia, du begleitest mich auch in dem anderen Form, die wird das Ohr jetzt am meisten bluten wahrscheinlich. Und euch vielleicht auch, wenn ihr Fußballer draußen schaut. Leute, nochmal, was heute passiert ist, kann passieren. Das ist so, dass man hier auf der Eintracht umgegangen prügeln muss, weil Dennis hat gesagt, da waren viele geile Momente. Ich lande heute wieder dabei, dass ich mich selber dabei wische, wie ich an andere Spiele denke. Weil die letzten Wochen waren eigentlich erklärbar. Du hast gegen Leipzig gut gespielt, du hast gegen Dortmund gut gespielt, du hast gegen Union Freak-Spiel gehabt, was du einigermaßen noch hinbekommen hast. Du hast gegen starke Wolfsburg nicht dumm angestellt durch zwei individuelle Fehler. Das kannst du in deinem Laufe der Saison alles nicht erklären, selbst das heute. Aber durch Corona und die Summe, die vorher schon war, dass du dich selber in die Situation gebracht hast, habe ich einfach den Schlusssatz, den ich dazu sagen kann. Es ist momentan einfach alles zu viel. Nur vielleicht für euch da draußen zur Info. Basti ist heute hier übers Handy drin, weil er Internetprobleme hat. Deswegen ist seine Verbindung ähnlich wie die Abwehr der Eintracht ziemlich mit vielen Aussetzern behaftet. Habe ich auch jetzt schon wieder. Ja, hast du leider wieder. Also deine Flucht ins Wart hat nur bedingt was gebracht. Ja, aber du hast natürlich... Dann fliege ich jetzt wieder auf den Berg, da kann ich wenigstens auch. Ja, danke. Aber du hast natürlich recht. Also das eine Unentschieden und man kann gegen eine Mannschaft wie Gladbach durchaus mit einem Unentschieden zufrieden sein. Man kann auch gegen andere Mannschaften mit einem Unentschieden zufrieden sein. Aber diese Häufung, die in der Saison einfach drin ist, dass du nach... Was haben wir jetzt? Elf oder zwölf Spieltagen? Zwölf Spieltagen. Wenn du gerade mal zwei Spiele gewonnen hast und das in einer Saison, wo du keine Mehrfachbelastung hast, wo du auch keine Umbruchssaison hast. Also ich könnte es ja jetzt noch verstehen, wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten irgendwie wahnsinnig viele neue Spieler und wahnsinnig viele junge Spieler und das wäre so eine Umbruchssaison. Aber wenn das jetzt schon so ist und diese Umbruchssaison besteht uns ja noch bevor, wenn dann ein Hasebe und ein Abraham weg sind und du weißt nicht, wer sonst noch irgendwie weg ist, dann schlage ich da ernsthaft die Hände über dem Kopf zusammen. Also es ist sehr, sehr anstrengend gerade. Kurze Zwischenfrage, war das Abrahams letztes Spiel für die Eintracht? Nee, ich glaube nicht, oder? Weil er fehlt dir jetzt nächste Woche aus. Also geht der in der Winterpause schon oder macht er die Hinrunde komplett und geht dann? Das ist eine gute Frage. Ich höre immer verschiedene Aussagen von verschiedenen Seiten und jetzt bin ich selbst nicht mehr so sicher. Ich suche mal gerade, was auf der offiziellen Eintracht-Seite da steht. Weil das wäre natürlich tatsächlich bitter. Das wäre jetzt mega bitter. Eigentlich ist es egal, wie es geplant ist. Der Plan muss halt dann umgeworfen werden, weil so geht das nicht. Was meinst du mit der Plan muss umgeworfen werden? Falls es so wäre, dass er jetzt sozusagen gehen würde. Achso, das meintest du jetzt. Nö, Basti, oder? Hört ihr mich noch? Ja, ja, wir hören. Nein, ich habe gemeint, wenn der Plan das gewesen ist, was Patrizia gesagt hat, die zwei Möglichkeiten, dann musst du jetzt, egal was ist, die einzige Möglichkeit nehmen, dass er noch mal kommt. Wobei das jetzt auch scheiße ist. Das sind eh keine Fällen. Der muss sowieso noch mal wiederkommen. Ja gut, für ein Abschiedsspiel muss der sowieso noch mal wiederkommen, das ist klar. Aber es wäre halt jetzt dann doppelt bitter, wenn das jetzt quasi der letzte Einsatz wäre und man sich dann da noch mit der gelb-roten Karte dann oder der gelb-roten Karte dann da auch noch selbst rausnimmt. Wenn ich da einhaken darf. Ja. Das regt mich auch so auf, diese gelb-rote Karte. Also, sorry, aber die erste gelbe Karte, geht es nur mir so oder war das kein Gelb? Das war safe kein Gelb. Das war völlig übertrieben. Weil da hat er da nämlich schon die Linie vorgegeben für alles, was danach kam. Ja, eben. Und das regt mich halt so auf, dass das überhaupt so weit kommt. Und andere Frage, was war mit der gelben für Rode? Jetzt hat sich ja nicht auf viel ausgewirkt, aber warum hat er Gelb bekommen, nachdem er umgeschubst wurde? Hat er jetzt Gelb bekommen, weil er umgeschubst wurde? Oder hat er irgendwie jemanden beleidigt oder so? Nee, es gab vorher eine Situation, oder? Genau, da hat er vorher so weggezogen. Habe ich in dem Tumult nicht gesehen, aber dann hat sich das zumindest geklärt. Ich glaube, es war tatsächlich, da gab es irgendwie vorher einen Vorteil in der vorlaufenen Situation. Das wurde dann noch nachträglich mit Gelb bestraft. Ja, es war halt dumm aus in der Situation. Ja, total. Aber wenn wir schon eine Fragerunde machen, ist es vielleicht auch die Frage, wenn wir uns diskutieren. 50-50, noch mal weiß das Rot-Fan-Volumen. Was? Also, ich finde es schon krass täglichkeitsmäßig. Also, dass da der Sprecher sich sofort auf Gelb festlegt und sagt, oh Gott sei Dank, gibt es nur Gelb dafür. Der Sprecher hat sowieso nicht alle Tasten in Frankheim. Erinnert euch mal bitte an dieses Foul. Ich weiß nicht, wer es gehört, ich glaube, Turam tritt so auf den Fuß und dann sagt er, Ja, ja, stimmt. Das letzte Zeit suchen sie ja. Und sagt, da fällt er ins Bein hier, da fällt er ins Bein und kriegt noch einen Freistoß gegen sich. Das kann ich dir nicht glauben. Und ich denke mir, Digga, der hat den Fass in den Fuß gebrochen. Vor allem hat er auch gelacht. Also, der hat die ganze Zeit so gekichert und ich dachte mir, was ist denn jetzt daran so unfassbar lustig? Der Wahnsinn, Alter. Naja, gut, der hat das Spiel trotzdem nicht entschieden, weil die Spiele haben es Gott sei Dank nicht gehört. Das ist nur zu unserem eigenen Ausrüsten. Ja, trotzdem. Es ist noch alles sehr konfus. Ich bin froh, dass wir das Konzept auch nicht haben, dass wir das öfter so machen. Dass wir direkt nach so einem Spiel aufnehmen, wo du halt selber nochmal die ganzen Spielszenen durchgehst. Und wie Dennis das gesagt hat, also wenn ich jetzt hier noch weiterrede, glaube ich, dann sollte ich weg von meinem Fernseher gehen. Ja. Also Abraham bleibt übrigens noch bis Januar. Also er macht tatsächlich die Hinrunde bis in den Januar hinein fertig. Okay. Und von daher haben wir da noch die Sicherheit. Aber klar, im nächsten Spiel ist er jetzt sowieso erst mal damit dann raus. Eine Sache habe ich noch. Das habe ich erst dann gesehen gehabt, dass Endika ist angeschlagen ausgefallen. Habt ihr da irgendwas genaueres noch? Klar, auf den Knöchel wohl. Ah, okay. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er am Wochenende spielen kann. Wer muss spielen? Ich weiß nicht, was ist das? Was hast du denn sonst noch an Alternativen? Istanker und da habe ich auch einen Bock drauf. Ja, also Istanker wäre auch noch eine Variante, aber da wäre natürlich jetzt auch ein ganz großer Druck drauf. Tja, was bleibt denn da jetzt dann für uns hängen nach diesen zwei Spieltagen? Eintracht im Mittelfeld, noch ein bisschen Abstand tatsächlich nach unten auch noch. Also ich sage mal, der Abstand nach unten wird ja langsam immer geringer und der nach oben immer größer, wie das oftmals in so Tabellensituationen der Fall ist. Also ich habe da gerade kein besonders gutes Gefühl, wenn so diese Gesamtkonstellation ist. Und ich bin ernsthaft froh, wenn das nächste Spiel dann rum ist. Ich auch. Man hat das historische Gefühl, dass man da eine Pause hat. Das hat man da gar nicht. Dann geht es am zweiten Mal schon weiter gegen Wurliokusen schlachtet. Ja, eben. Und das Ding ist, ich weiß auch nicht, was noch passieren soll, dass die Eintracht einfach mal drei Punkte holt. Also ich habe es heute, jetzt so dumm, das klingt gegen Gladbach, aber ich habe es vor mir gesehen. Ich habe echt bei dem 3-1 gedacht, okay, heute klappt es. Und dann passiert es so, auch noch in der 90. 95. Minute und langsam verliere ich den Glauben dran. Ich weiß nicht, was soll denn passieren, dass die drei Punkte holen? Was sollen sie tun? Wie schaffen die es einmal, eine Führung über die Zeit zu bringen? Wie? Ich sehe es nicht mehr und ich habe keine Ahnung und das regt mich so auf. Weil natürlich war es Gladbach und natürlich ist ein Punkt, wenn du es so siehst, klar, gut. Aber nicht nach so einem Spiel, ey. Das ist schwierig. Ja, der Verlauf hat halt ernsthaft weh. Ja, es ist halt so, dass wir wirklich uns, wir haben halt keine Vorarbeit geleistet. Es ist halt so, dass wir, ich habe einfach keine Kapazitäten mehr. Das zu verkraften, die Mannschaft auch nicht. Die Mannschaft hat sich nicht genug Polster angefressen, um zu sagen, okay, passiert. Weil, ich meine, wir wissen es alle. Das ist zwar, wir haben solche Spiele auch mal gedreht, die wir hoffen, dann erinnert euch Patience, ja, bla, bla, so. Also solche Sachen können halt passieren. Und aus solchen Spielen solltest du jetzt auch keine langfristigen Ableitungen machen. Wenn ich jetzt schon die ersten höre, die jetzt sagen, so ein Spiel sagen Hütter raus, weil er Hilsanker gegen Silber getauscht hat, meine Güte. Sollte man vorsichtig sein, glaube ich, damit. Aber es ist halt so, dass die Eintracht langfristig selber dran schulden ist, ganz ehrlich, die Eintracht hat es wie ein Eichhörnchen, was nicht genug Nüsse gesammelt hat. Ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn du bitter Hunger hast, Alter. Schöner Vergleich auf jeden Fall. Aber findet ihr nicht, dass wir heute, und Patricia, um da deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass tatsächlich ein Ziel oder ein Weg sein kann, jetzt zu punkten, aus der Aufstellung auch mal was zu ziehen. Denn ich habe mich wirklich, ich habe am Anfang gedacht, oh, wir spielen ja ziemlich offensiv. Das ist ja doch gegen Gladbach mal eine Ausstellung, die ich so nicht erwartet hätte einfach auch. Es waren ja ein paar Spieler dabei, die ich zumindest nicht sofort auf dem Schirm hatte. Hat mir aber sehr gut gefallen eigentlich. Natürlich, klar, jetzt am Ende, Basti, du hast es schon richtig gesagt, man darf dann auch die Wechsel teilweise, es war schon nicht so richtig nachvollziehbar. Man muss aber wirklich sagen, warum wechselt man Rode zum Beispiel aus und Kamada kommt da noch rein? Keine Ahnung, vielleicht um ein bisschen einfach da noch nach vorne was zu spielen. Das sind alles Situationen, wo man wieder über die Wechsel sich streiten kann. Von der Grundaufstellung her und auch von dem Grundsystem her hat mir das aber eigentlich gut gefallen. Und das ärgert mich ja dann gerade so, dass wir das vielleicht auch in dem einen oder anderen Spiel vorher nicht gesehen haben, auch in dieser Elf. Oder seht ihr das anders? Nee, es ist genauso wie es war. Ja, also wobei man auch natürlich dann, also grundlegend erstmal ja, das hat sehr gut gepasst. Man war offensiv, man hat versucht da spielerisch was zu reißen. Auch die Variante tatsächlich, Junis mal von Anfang an laufen zu lassen, der ja auch noch Möglichkeiten hatte. Der hoffentlich nicht ausfällt jetzt länger. Der hoffentlich nicht ausfällt, der ja dann auch wieder mit Griff an den Oberschenkel dann ausgewechselt werden musste. Ich finde aber auch, und das haben wir letzte Woche schon besprochen und ihr hattet das am Montag bei Fußball 2000 auch nochmal. Dieses System zeigt halt auch oder generell diese Aufstellung zeigt halt auch die Schwäche, die wir haben. Wir haben halt keine Möglichkeit nachzulegen. Also diese Variante, dass jetzt nur mit einem Stürmer zum Beispiel gespielt wurde, war ja nicht, weil man daran glaubte, dass das jetzt das System ist, mit dem man besser gegen Gladbach bestehen kann, sondern weil der Trainer vorher selbst gesagt hat, er kann es sich nicht leisten, momentan beide Spieler zu bringen, weil wir halt keine Alternativen haben. Also das ist halt auch wieder zum Haare raufen. Ja, ein bisschen recht hat er ja schon. Also ich meine, Barcock und Junis waren ja jetzt auch nicht die ganze Zeit verfügbar, also so ist es ja schon. Ja, trotzdem. Aber mehr ist er halt nicht. Ja, mehr ist er halt nicht. So, da hört es halt dann auch schon wieder sehr schnell auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, das Ding ist, Leute, ich glaube, ich muss mich verabschieden. Ich höre euch nur noch abgehakt, ich habe das Gefühl, ihr hört mich auch nur noch abgehakt. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe alles gegeben, es hat mir zum Unentschieden gereicht. Ja, viel Spaß noch und macht es gut. Macht nicht mehr zu lange, es tut euch nicht gut. Alles klar, Basti, bis dann. Also danke dir, macht es gut, hau rein. Ciao. Ja, ich glaube, da haben wir auch schon relativ viel zu dem Spiel gesagt. Vielleicht, um das nochmal positiv herauszuheben. Erstens, Silva ist ein grandioser Stürmer. Ich bin mega froh, dass wir den verpflichtet haben. Und ich finde auch, dass Barcock zumindest in der offensiven Bemühung und in der Kombination mit Silva, dass diese Kombination extrem gut funktioniert. Ja, kann man so sagen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, das öfters zu sehen. Und jetzt würde ich gerne mit euch nochmal über diese Wechsel reden. Könnt ihr mir diese Wechsel erklären? Also Rode dann rauszunehmen, der diese Gelbe da bekommen hat. Und Barcock dann auch, verstehe ich. Und da Costa einzuwechseln, verstehe ich ja auch noch zu sagen, okay, da hast du einen schnellen Spieler. Aber wenn du gerade in der 90. Minute bist, du bist in so einem Zweikampf betonten Spiel. Und dann wechselst du Kamada ein, der vielleicht technisch super begabt ist, aber der halt auch, wenn da so ein Tyrann oder so ein Plea angerast kommt, halt auch irgendwie von der Größenordnung nicht höher ist als die Grasnarbe selbst. Also was bringt das denn? Ich verstehe es nicht. War das dann nicht Mangelsalternativen? Also wenn du Rode rausnimmst, du musst ja irgendwie Mittelfeldspieler, wen hatten wir noch auf der Bank, wen du bringen kannst. Also Ilzanka ist, glaube ich, halt einfach reingekommen, weil Abraham gelb-rot hat. So, dass irgendjemand in die Innenverteidigung gehen kann. Genau, Ilzanka war ja schon drin. Chor war schon drin. Gut, du hättest noch Chandler oder Zuber bringen können, aber ja. Ja. Oder halt im Zweifelsfall einen Dost und dir mal einfach sagen, so, du stellst dich jetzt in die Mitte und alles, was kommt, checkst du weg. Ja. Ja, also ich glaube aber, diese Wechselgeschichte, das ist auch sowas, wie du es da machst, klar, der will Zeit noch ein bisschen von der Uhr nehmen. Und auch, ja, im Endeffekt, vielleicht hat er sich ja erhofft, dass dadurch auch mal wieder ein bisschen noch ein Entlastungsangriff nach vorne funktioniert. Ja, war im Endeffekt dann ärgerlich. Und wie das Tor natürlich dann auch in der 96. da fällt, ist natürlich totale Katastrophe. Der Entlastungsangriff war ja da. Also es hätte ja funktionieren können, wenn der Costa durchgelaufen wäre. Ja, stimmt, stimmt. Oh ja, stimmt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ja, richtig. Der Pass von Kamada war ja da, der hat ja seinen Gegenspieler ausgetribbelt. Und da Costa hatte irgendwie keine Ahnung, warum, ob, weiß ich nicht, er noch kurz überlegt hat, was er morgen noch einkaufen muss. Oder ob einer von außen irgendwie Stopp gerufen hat oder weil er das Gefühl hatte, er stand im Abseits. Aber wenn der da zwei Schritte schneller gewesen wäre, dann wäre der ja alleine vor Sommer gewesen und hätte vielleicht noch was machen können. Also nicht, dass er ihn jetzt unbedingt zwingend hätte reinmachen müssen. Aber die Chance wäre ja durchaus da gewesen. Das ärgert mich auch sehr, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, der Costa hat schon damit abgeschlossen. Also irgendwie, das wird nichts mehr. Und dann ist er halt irgendwie nicht mehr voll gegangen. Und was mich auch aufgeregt hat, irgendjemand anders, ich weiß nicht, wer wollte mitlaufen und wurde runtergezogen. Da dachte ich mir schon, okay, der wäre halt komplett frei neben Kamada durch gewesen und hätte nur noch den Pass gebraucht, wäre alleine vom Torwart gewesen. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand wurde da runtergezogen. Ich kann dir nur sagen, wer runtergezogen hat, das war nämlich Stindl, der dann im Gegenzug das 3-3 gemacht hat, der eigentlich da in der Situation die gelbe Karte hätte sehen müssen, aber man da hat Vorteil laufen lassen. Ja, das ist halt auch wieder so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, es regt halt so ein bisschen auf, weil das alles zusammenkam. Das waren halt ganz viele Sachen, die zusammenkamen, ganz viele dieser Kleinigkeiten, die sich alle aufgestaut haben zu diesem großen Mist am Ende. Also ich tue mich gerade schwer, irgendwie Worte zu finden, die mir nicht nachher irgendwie schlecht ausbilden können. Die mir nicht rauspiepen müssen. Hier wird nichts rausgepiept. Der Schiedsrichter Benjamin Kortus hat übrigens gerade eben bei wahretabelle.de die Durchschnittsnote 5,6 bekommen. Okay. Also er hat ja, es ist ja auch, ich weiß noch in der ersten Halbzeit, bei welchem Tor war das denn gewesen, wo der Ball nicht sozusagen wirklich ruhig gelegen hat. Das war das 2-1. Das war das 2-1, ja. Okay, also das war definitiv, wenn du so diese ganzen Sachen dazu nimmst. Ich finde unstrittig, die Situation ist ja sowieso heute mit dieser Hand-Elfmeter-Geschichte, was wir ja auch letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende ja auch gegen Wolfsburg dann erleben mussten. Das ist halt nervig. Das ist die Regelung, heute war es eindeutig. Aber das sind alles so Situationen, wo du gesagt hast, okay, wunderbar, ach, das läuft ja alles für uns eigentlich. Und das war jetzt nicht unbedingt das sauberste Tor, weil vorher das 2-1, wie ihr schon sagt, da ging natürlich diese, diese in Anführungszeichen Fehlentscheidung voraus, die ja zum Glück nicht geahndet wurde. Hat man noch gedacht, na, es ist vielleicht auf unserer Seite doch auch ein bisschen Glück dabei. Und dann hast du natürlich, und das ist genau das, was du sagst, Patricia, auf der anderen Seite so viele Kleinigkeiten, Pech oder Unvermögen dabei, dass es dann doch wieder aufgehoben hat. Ja, aber das ist das, was uns ja ganz viel dieser Punkte einfach auch beraubt hat. Ich war im Vorfeld vor dem Spiel, war ich mir tatsächlich unsicher. Ist es jetzt eher in der Offensive, dass wir aus den Chancen zu wenig machen oder ist es eher das Problem in der Defensive, dass wir nicht konsequent genug sind und da einfach zu viel verstolpern? Offensive würde ich nach dem heutigen Spiel sagen, läuft. Ja, also gerade auch, wie die Tore gefallen sind, jetzt unabhängig davon, ob der Ball jetzt ruhig lag oder nicht, aber allein diesen Pass da zu machen, die Tore da zu machen, dieses Ding von Barkok, was halt einfach saufrech war, ja, da den Okocha zu machen und da, äh, die da auszudingsen. Alles gut, aber diese, diese dummen Dinger, die dann halt immer wieder passieren, diese verschuldeten Elfmeter, die wir da irgendwie in Haufen haben, irgendwie nicht konsequent genug die Dinger irgendwie wegzuhauen. Auch Hasebe, der diese eine Aktion da irgendwie hatte, ich weiß nicht mehr wann es war, irgendwie Anfang der 80., wo er eigentlich genug Zeit hat, den Ball über die Seitenlinie zu dreschen und er haut das Ding halt einfach über die Torauslinie, sodass es einen Eckball gibt. Ey, wenn du gegen Gladbach in der Pan 80. Minute 3-1 vorne liegst, dann gibst du denen doch nicht noch irgendwie einen Eckball, ja. Ja, und diese Dinge häufen sich halt einfach und das ist das, was so fürchterlich ist, man kann ja nicht mal einem anderen die Schuld geben, außer sich selbst. Es ist ja nicht so, dass die anderen wesentlich besser spielen, sondern einfach nur, dass wir zu blöd sind, Dinge, die wir früher richtig gemacht haben, jetzt nicht mehr richtig zu machen. Ja, es ist halt schwierig. Es sind halt diese ganzen Einzelaktionen von einzelnen Spielern und natürlich muss jedem Spieler ein Fehler erlaubt sein, sodass es passiert. Barcock war extrem dumm, muss man leider sagen. Auch Da Costa, also der Alex hat das gerade geschrieben, liebe Grüße, hat auch geschrieben beim 3-3, absolut schlechtes Stellungsspiel. Also da merkst du halt auch, dass der Junge vielleicht nicht so viel gespielt hat zuletzt, auch mit dem, dass er halt abgebrochen hat im Lauf, als er mit Kamada mitgelaufen ist und so. Das sind halt so Kleinigkeiten, die sich alle häufen und ja, wegen kleineren individuellen Fehlern auch, ja, passiert dann sowas. Und das regt halt auf, weil die Gesamtleistung tatsächlich ja nicht so schlecht war. Also wenn, wie Dennis schon gesagt hat, wenn du bis zu diesem bestimmten Punkt, wo alles gekippt ist, war das ein gutes Spiel, du hattest Gladbach im Griff, du hast auch selbst irgendwie mutig nach vorne gespielt, du hast hier Chancen erarbeitet, du hast Tore gemacht und dann machst du es halt kaputt in der Schlussphase mit dummen Dingen. Und das ist das Ärgerliche. Genau, das ist das Ärgerliche. Es sagt, glaube ich, keiner was. Also ich würde zumindest nicht sagen, wenn du offensiv spielst, dadurch halt Räume anbietest und sagst, okay, es ist ein offener Schlagabtausch und am Ende haben alle ihre Tore irgendwie geil rausgespielt, es war ein gutes Fußballspiel und okay, es hat halt nicht für mehr als den einen Punkt gereicht. Geschenkt kann ich mit leben. Aber das ist halt dann immer aus diesen individuellen Fehlern, die halt einfach in einer Häufung auftreten, du diese Punkte vergeigst und man halt auch dann noch links und rechts davon sieht, dass diese gottverdammte Bundesliga so scheiße schwach ist. Also du musst ja nicht noch nicht mal wirklich anstrengen, um da irgendwas zu reißen. Du müsstest ja eigentlich nur mal auf dem gleichen Niveau spielen wie im letzten Jahr und du wärst ja volle Kanone da vorne mit drin. Ja, schau ja mal schon alleine Wolfsburg, Stuttgart, Union, die sind ja alle da hochgerutscht. Und natürlich spielt Union eine ganz gute Saison, natürlich hat auch Stuttgart ihre Momente, wobei die ja auch Spiele hatten, wo man sagt, hey, die haben auch nicht unbedingt den krassesten Lauf jetzt zuletzt gehabt. Wolfsburg spielt, hat eine gute Mannschaft, spielt aber auch nicht immer überzeugend und trotzdem können die da alle oben anschließen. Man sieht ja auch Gladbach, also letztendlich war das jetzt der Achte gegen den Neunten heute, obwohl es halt Gladbach ist und die sind in der Champions League jetzt ins Achtelfinale gekommen, alles schön und gut, aber die struggeln auch in der Bundesliga. Klar haben die eine andere Belastung, das ist jetzt nicht zu vergleichen, aber dennoch, die sind ja auch nochmal ein Level höher als die Eintracht. Und wir wären mit einem Sieg auf einen Punkt rangekommen, ne? Ja, ja, eben. Das ist ja das Problem. Die sind vier Punkte vor der Eintracht und du wärst halt easy rangerückt. Und das auch verdient jetzt. Naja, jetzt ist es halt so ausgegangen. Es ist halt, ja, das... Und dann, wie Basti auch schon gesagt hat, du denkst gezwungenermaßen immer an die Eintracht zurück, die du vergeigt hast gegen Bielefeld, Köln, Bremen, etc. Und das ist halt das Ärgerliche. Weil was will man jetzt der Eintracht vorwerfen, dass sie gegen Dortmund nur unentschieden spielen? Das geht nicht, da kannst du keinen Vorwurf machen. Da habt ihr völlig recht, auf jeden Fall. Was man auch sagen muss, ist, René, du hattest das, glaube ich, vorhin angeführt gehabt. Das Schöne ist, dass wir auch Tore schießen. Das war ja auch was, was wir lange Zeit, wo wir häufig gesagt haben, wir brauchen eigentlich so eine, ich sage mal, geordnete Defensive. Das bekommst du immer irgendwie hin, dass du nicht zu viele Tore hinten fängst. Vorne aber Tore zu machen, ist ja wirklich dann doch eine Kunst. Und wenn du jetzt schaust, ich glaube, wir haben in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten zehn Spielen jedes Spiel ein Tor gemacht, auf jeden Fall. In manchen dann auch mal, zwar immer häufig nur eins, aber das ist schon, das ist natürlich eine Situation, wo du sagen kannst, zumindest in dem Bereich scheint es okay zu sein, scheint es zu passen. Jetzt habt ihr natürlich genau das Richtige angesprochen. Individuelle Fehler, grauenvoll versaut natürlich hier das gesamte Bild. Wenn du das natürlich alles rausrechnen würdest, würde man auch auf einem ganz anderen Tabellenplatz stehen, kannst du aber natürlich so nicht machen. Aber heute hat mich auch geärgert, wenn man jetzt nur die individuellen Fehler von Barcook und so weiter nochmal rausnimmt, okay, ja, aber ich frage mich auch, warum wird in so einer Situation, der nicht vielleicht auch nochmal reagiert, nachdem du eigentlich in der Halbzeit schon gesehen hast, boah, ein Abraham und ein Hasebe sind absolut krass gelb-rot gefährdet. Ich weiß, Hasebe wurden dann nochmal ermahnt und auch, ich glaube, Abraham hatte noch eine Situation, wo du denkst, okay, du kannst natürlich, du hast nicht viel auf der Bank, außer, ich glaube, Tutor oder du musst halt ein bisschen umstellen. oder halt dann doch einen Ilsenka früher reinbringen und den halt irgendwie da hinten reinstellen. Oder einen Ilsenka früher reinbringen. Oder wie du schon sagst, das System halt einfach ändern und sagen, okay, wir gehen jetzt auf eine Viererkette, du nimmst halt zumindest einen von den beiden raus und stellst den Hinteregger irgendwie in die Mitte und lässt den Schändler auf links spielen. Der kann das ja auch. Ich will Ilsenka auch nicht normalerweise in der Verteidigung sehen, dass hier jemand das falsch versteht. Das ist wirklich, aber es ist in so einer Situation, findest du, also ich glaube, da stimmt dir zu, hoffe ich zumindest, ist natürlich was, das Spiel, wir hatten das ja super im Griff und wir hatten auch Gladbach gut im Griff und dann ist so eine Situation, wo du merkst, oh, da muss mal ein blöder Spielzug sein, dann kriegt einer von unseren wichtigen Innenverteidigern eine gelb-rote Karte und dann dreht sich das Spiel. Dass wir das so lange noch ausgehalten haben und dass wir das eigentlich dann erst, dass Gladbach das ausgenutzt hat, nachdem Barcock da den Aussetzer hat, nachdem wir sie wieder herangebracht haben, nachdem wir sie eigentlich wieder herangebracht haben, genau, das ist der richtige Ausdruck. Das ist jetzt eher was, wo man sagen kann, das ist natürlich noch ärgerlicher, aber auf der anderen Seite, muss es überhaupt so weit kommen, dass wir da im Endeffekt mit 10 gegen 11 spielen und das ist für mich die klare Antwort, nein, wenn richtig reagiert wird und fand ich wieder, das verstehe ich einfach nicht, dass da nicht früher, das haben wir bei Hütter schon öfter gehabt, dass man gedacht hatte, Mann, warum reizt das denn bis auf die letzte Rille aus, dass die Spieler wirklich kurz vor der gelb-roten Karte sind, es manchmal klappt, in dem einen oder anderen Fall dann halt nicht und ja, ob es heute jetzt einen Unterschied gemacht hätte, keine Ahnung, es ärgert mich trotzdem. Ich weiß nicht, wie ist denn euer Statement dazu? Ja, hast schon recht, also es ist mir auch aufgefallen mit diesen späten Wechseln, vor allem auch, du merkst das ja auch, wenn die Spieler irgendwie auf der letzten, auf dem letzten, ja, wenn sie nicht mehr können, ich sag's mal so. Auf dem letzten Lockheifen. Genau, sowas meinte ich und wenn du dann zum Beispiel So gesehen hast, die letzten zwei Spiele, der war nach der 75. Minute halt platt und den hat er halt nicht rausgenommen und das sind dann auch so Sachen, dann verlierst du halt kleine Zweikämpfe im Mittelfeld, was aber vielleicht halt zu brenzligen Situationen führen kann oder halt am Endeffekt auch zu Gegentoren und das ist halt unnötig, du hast vor allem im zentralen Mittelfeld hast du Optionen, dann natürlich hast du da jetzt nicht die krassesten Spieler, aber du kannst da locker für 15 Minuten mal ein Chor reinsetzen oder halt sonst wen. Das ist auch erst mal nicht so wichtig, wer dann da reinkommt, aber Hauptsache jemand, der noch Luft hat, weil das ist ja auch verständlich, So hat noch nicht so viel Spielpraxis gehabt und hat vielleicht auch einfach noch nicht die Luft für 90 Minuten, aber das musst du dann auch als Trainer sehen und du musst da auch drauf reagieren und das hat mir halt ein bisschen gefehlt, ohne jetzt Hütter komplett an den Pranger stellen zu wollen. Ich bin jetzt auch noch nicht so weit, dass ich sage, hey, der muss raus, weil er macht alles falsch. Das glaube ich nicht, aber es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, die gehäuft auffallen und die dann auch so ein bisschen Unverständnis aufwerfen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich für so eine Trainerdiskussion, auch wenn das vielleicht eine unpopuläre Meinung ist, finde ich es tatsächlich noch ein bisschen zu früh. Wir haben noch dieses Augsburg-Spiel, das kann es noch irgendwie so ein bisschen rausreißen und dann haben wir noch mal zumindest eine kurze Pause, bevor es dann am zweiten wieder weitergeht und man muss sich das jetzt wahrscheinlich schon einfach sehr genau angucken, aber ihn jetzt komplett in Frage stellen, wäre mir tatsächlich ein bisschen zu früh, aber vielleicht können wir da nächste Woche dann tatsächlich mit ein bisschen Abstand dann auch nach dem Augsburg-Spiel dann da noch mal drüber reden. Er macht ja auch nicht alles falsch. Das ist ja genau das, was auch Patrizia gerade gesagt hat. Es sind halt Kleinigkeiten, die nerven. Und wenn dann, wenn es jeder draußen sieht und es sind halt so Sachen, genau wie Patrizia sagt, warum wechselt man da nicht in den 75? Heute, als Chor, weil auch vorhin gesagt wurde, ich fand, Chor hat ein gutes Spiel eigentlich gemacht. Da hat es da schön mal auch eingelaufen. Da gab es ja dann, war doch erst die Entscheidung 11 Meter, dann war es doch vor dem 16 Meter anscheinend zumindest. Das war relativ deutlich vor dem 16er, ja. Ja, also das sind aber so Sachen, wo man sagt, ja, mal neuer Impuls, da war noch mal Kraft da. Ein Chor hat normalerweise auch einen ganz guten Schuss aus der zweiten Reihe. Warum nicht? Ja, er ist ja auch ein Spieler, der durchaus mit nach vorne geht. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, er hätte ihn nicht so früh eingewechselt, wenn Younes da nicht irgendwie verletzt gewesen wäre. Das ist es, genau, 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 ja. Und vielleicht, ich weiß es nicht, weil wir es ja nur von außen beurteilen können, vielleicht hat er da ja auch einen Grund dafür, dass er das tut. Das Problem ist halt nur, dass einem dieser Grund dann wieder nicht mitgeteilt wird. Ja, das ist ja das Ding, es ist ja klar, der Trainer will ja nicht mit böser Absicht irgendwie falsche Entscheidungen treffen. Oder in seinem Interesse ist ja auch, dass die Eintracht die bestmögliche Runde spielt, das Spiel gewinnt, etc. pp. Aber das Problem ist halt, dass dann vielleicht, ja, man muss ihm ja zugute heißen, dass er das ja alles nach bestem Gewissen macht. Und er sieht da ja irgendwie einen Grund drin. Und er muss sich ja auch was dabei denken. Nur, wie René gesagt hat, wir verstehen es halt manchmal dann nicht. Vielleicht könnten wir es besser nachvollziehen, wenn es einem erklärt wird, warum er das tut. Und vielleicht kann man dann sagen, ja, okay, ich sehe, die Idee ist halt nicht aufgegangen, scheiße gelaufen. Aber so sehe ich halt manchmal irgendwie nicht, warum einzelne Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen wurden. Auch schon mit diesem, dass die Aufstellung so lange stur beibehalten wurde, was ja jetzt sich ein bisschen geändert hat in letzter Zeit. Und auch heute ja ein guter Beweis dafür ist, dass er da jetzt ein bisschen dran arbeitet. Aber davor war das ja auch so. Und dann, klar, gab es dieses Video, wo er sich mal so ein bisschen erklärt hat und den Fragen gestellt hat, was ich ganz gut fand, weil es halt wirklich die Fragen waren, die ja auch so auf der Fanseele gebrannt haben. fand aber dazu die Erklärung dann auch so ein bisschen schwammig, beziehungsweise manche Erklärungen habe ich mir gedacht, okay, macht für mich keinen Sinn, aber okay, vielen Dank, dass du dich wenigstens erklärt hast und dass ich jetzt weiß, warum du so gehandelt hast, wie du handelst. Weil es ist halt schon wirklich manchmal schwierig. Ja, oder halt zumindest, dass man das Gefühl hat, dass da halt irgendwie ein Plan irgendwie dahinter steckt. Ich meine, ich erwarte jetzt ja gar nicht, dass so ein Trainer sich vor den Fans irgendwie rechtfertigt. Sollte er nicht tun, weil er hat ja da irgendwie einen Plan. Und klar, dass er natürlich auch vorsichtig sein muss mit dem, was er da sagt, weil das natürlich dann ja auch immer so ein bisschen Preisgeben von einer gewissen spieltaktischen Idee ist, auf die der Gegner dann wieder reagieren kann. Aber wenn ich zumindest mal das Gefühl habe, dass da halt irgendwie eine gewisse Idee dahinter steht und man mir irgendwie vermitteln würde nach dem Motto, okay, wir müssen das jetzt so tun, weil wir dadurch irgendwie Weiterentwicklungen reinbringen, weil wir uns da irgendwie drauf einstellen müssen oder irgendwas, dann kann ich damit ja ganz anders da umgehen. Aber wenn ich immer noch das Gefühl habe, da wird jetzt irgendwie eine Zeit lang nichts gemacht, weil man nicht weiß, wie man drauf reagieren soll und dann wird halt irgendwas gemacht, dann hilft mir das nicht. Und man muss halt immer bedenken, dass Fußball halt ein sehr auf aufmerksam angewiesenes Produkt ist. Und ich glaube, das bleibt auch jetzt gerade nur zum gewissen Teil so ruhig, weil halt einfach keine Fans im Stadion sind. Wenn wir jetzt da eine volle Hütte gehabt hätten, dann würde sich das ganz anders da darstellen. bloß den Faktor, dass ich glaube, dass dann auch diese ganzen letzten Spiele komplett anders da ausgegangen wären. Ich glaube nämlich auch, diese Spiele, die so auf der Kippe standen, besonders heute, das war ja ganz knapp, also richtig, richtig knapp. So Spiele gehen dann halt, glaube ich, auch zugunsten der Eintracht aus, wenn du die Fans da hast. Das sind halt immer diese letzten paar Prozent, die dann noch rausgepusht werden, die vielleicht eigentlich so nicht da sind. Ja, es ist halt schwierig, gerade generell die Situation. Muss man halt mal sehen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich bin so ein bisschen, ja, das hat mich jetzt tatsächlich irgendwie gebrochen, dieses Spiel heute. Also, ja, es war so... Weiß nicht, es ist, man hat halt immer Hoffnung aufs nächste Spiel und wieder Hoffnung. Und heute hatte ich halt wirklich, wie schon gesagt, sehr, sehr große Hoffnung, weil es ja auch sehr gut aussah. Ja, klar, es hat einen so sehr hoch gehoben und hat einen dann in dem unmöglichsten Moment, das ist so wie so ein Freefall Tower. Du fährst hoch und denkst, ach, ist das alles irgendwie schick und irgendwie gemütlich. Und dann macht auf einmal einer das Licht an, du siehst, dass du in, weiß ich nicht, zwölf Kilometern Höhe sitzt, macht das Licht wieder aus und lässt dich fallen. Ungefähr so kam mir das heute vor. Ja, ich habe mir schon ausgemalt, was kannst du heute alles loben? Oh mein Gott, wenn wir nach dem Spiel aufnehmen, bist du sogar mal froh und kannst dich über ein gutes Ergebnis freuen, was man nicht verhunzt wurde. Und dann kommt halt sowas. Und dann kommt wieder die Eintracht um die Ecke und sagt, guck mal, wer da ist. Aber, aber, Patrizia, das ist doch perfekt. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du nochmal deine Lobeshymnen für das, was es zumindest verdient hat, auch preisgeben würdest, weil das ist doch das, womit wir arbeiten müssen für die nächsten Spieler. Das Spiel heute können wir eh nicht mehr umdrehen. Auch für die Eintracht ist es natürlich ärgerlich. Trotzdem finde ich, und das war auch der Tenor, den ich vorhin versucht hatte, auch so mit reinzubringen, zu sagen, wir müssen eigentlich jetzt mal das hinten ausklammern. Alles nach der 81. Minute war natürlich totale Scheiße auf gut Deutsch, weil es alles dann natürlich so ein bisschen bach runtergegangen ist. Auf der anderen Seite, vorher, es waren ja so viele positive Momente auch dabei. Patrizia, was hast du denn da als besonders positiv oder Sachen, die wir vielleicht auch ins nächste Spiel gegen Augsburg dann übertragen können? Darf ich das gleich beantworten, nachdem ich noch eine negative Sache nenne, die ich rauslassen muss, weil mich das sonst innerlich auffrisst. Gerne, gerne. Wie viel Pech kann eine Mannschaft auch haben, also ausgenommen Schalke, dass auch schon allein dieses 1-0, dieser Freistoß, dass der so reingeht, das war wieder eines dieser Tore, über die ich mich die letzten Wochen schon aufgeregt habe, dass die Eintracht immer diese Tore kassiert. Sky hat das dann auch mit, okay, die Torwahrscheinlichkeit von Sky kann man nicht immer ganz ernst nehmen, aber mit 6% beziffert. Also langsam ist auch genug. Mal ganz ehrlich, hatte ich es tatsächlich überrascht, dass der reingeht? Mir war das sofort klar. Ja, also als er reinging, habe ich mir gedacht, natürlich geht er rein. Das war irgendwie klar, aber irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass der in der Mauer hängen bleibt. Weil es kann doch nicht, also es kann nicht jedes Spiel passieren. Es kann nicht sein, dass jedes Spiel irgendein Spieler sagt, hey, heute habe ich mal meinen Einschuss aus 10 Schüssen, der richtig sitzt. Genau heute. Das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie fühle ich mich da auch so ein bisschen in so versteckte Kamera oder irgendwie gejingst. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da wirklich nicht. Das ist also so viel Pech. Man kann natürlich sagen, die Eintracht erarbeitet sich, hat sich zuletzt auch nicht so wirklich das Glück erarbeitet. Aber womit haben die denn so viel Pech verdient? Das ist halt wirklich, wirklich bitter. Da könntest du auch die Frage stellen, womit haben wir es verdient, dass wir in gefühlt jedem Spiel immer mindestens einen Elfmeter verursachen? Weil das häuft sich ja in letzter Zeit auch. Ja, es ist halt aber dann auch wieder ein bisschen individuelle Dummheit. Aber ja, dass man vielleicht diese Freistöße in der Position immer verursacht, beziehungsweise halt sich einbrockt durch Fouls, kann man vielleicht damit argumentieren, dass es deshalb auch zu diesen Positionen überhaupt kommt. Oder dass man halt einen Schritt zu spät ist, wie da bei Kruse damals. Aber es kann auch trotzdem nicht sein, dass der Spieler aufs Tor schießt und dann geht er noch so perfekt rein, wo man sich denkt, wow, was ein Schuss. Ja, okay, das muss nicht noch loswerden, weil das fliegt wirklich innerlich auf. Es ist ja nicht nur, dass der perfekt reingeht, sondern es ist ja auch schon der Faktor, dass er ihn quasi perfekt um die Mauer gezirkelt hat und der quasi ja auch noch so die Haarspitzen von Hasebe streift. Also da war ja auch wieder tatsächlich alles irgendwie dabei. Aber ich hatte schon so ein... Ja, Trapp war ja auch sogar fast dran. Genauso wie beim Elfmeter übrigens. Ja, oh Gott. Wobei man da halt auch... Ich habe noch vor dem Elfmeter, ich wollte es jinxen, also ins Positive und sagen, so, der hält ihn jetzt. Und ich habe es euch gesagt. Ich habe irgendwie zehnmal vor dem Fernseher rumgemurmelt, er hält ihn, er hält ihn, er hält ihn. Und dann ist er dran. Und ich dachte mir so, warum hält er ihn nicht? Warum ist uns das denn nicht gegönnt jetzt? Wobei du natürlich auch die Frage stellen kannst, ob das in dem Moment mit dem Freistoß, ob Trapp ihn vielleicht gehalten hätte, wenn vorher nicht dieser leicht herbeigeführte Zusammenstoß mit Hinteregger gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob der da nicht vielleicht auch trotzdem noch so ein bisschen arges Kopfbrummen oder irgendwas hatte. Auch absolut unnötige Aktion an dieser Stelle. Die auch keine Karte zur Verfügung hatte. Also was bitte erlaube Spieler von Gladbach, Namen hier einfügen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Plea. Warum muss der, wenn der sieht, dass die zwei da aufeinander zulaufen, im Fünf-Meter-Raum den Hinteregger da noch schubsen? Also gibt es überhaupt keinen Grund. Ja, es war halt völlig unnötig. Und halt so Dinge auch schon wieder. Ich glaube, der hat bis zum Ende des Spiels keine einzige gelbe Karte gesehen und hatte auch noch mehrere Zweikämpfe. Nicht alle gelbwürdig, aber er war halt schon recht, sagen wir mal, motiviert im Spiel. Ja, aber es war auch schwierig für ihn, bis zum Ende des Spiels gelbe Karten zu sehen, weil er ja in der 63. ausgewechselt worden ist. Ah ja, okay. Aber bis seinen ganzen Einsatz über hat er zumindest nichts. Da hat er keine gelbe Karte gesehen. Nein, das definitiv nicht. Ja, dann lassen wir das. Lass uns doch einmal noch mal kurz zusammenfassen und dann können wir gleich noch mal kurz auf die, was nehmen wir jetzt für das nächste Spiel daraus mit, Momente fassen. Also unentschieden gegen Gladbach kannst du machen, bei dem Spielverlauf eher nicht. Immerhin klappt dann der Offensive, wir schießen Tore. Und für eine Trainerdiskussion ist es zu früh, weil er hat ja doch durchaus einiges richtig gemacht, aber an seiner Wechselthematik, da besteht noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf, würde ich es jetzt mal nennen. So, dann ist jetzt die Frage, was nehmen wir aus diesem Spiel mit für das Spiel gegen den FCA am Samstag 15.30, das letzte Spiel in diesem grandios tollen Jahr 2020, Ironie off. Patricia, welche positiven Momente nehmen wir dahin mit? So, also, was wir eigentlich schon länger wussten, Silva ist verlässlich, trifft verlässlich, guter Einkauf, guter Stürmer, top. Hinteregger findet wieder zurück zu seiner Form, das hat mich sehr gefreut, auch was er für Pässe gespielt hat heute wieder, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Yunus und Barkok gefallen mir beide ganz gut, wenn Barkok diese, wir streichen das mal, was ganz am Ende passiert ist. Ansonsten bringt das schon viel fürs Offensivspiel, auch Yunus, mir hat das so gut gefallen, wie der zum Teil nicht mal vom Ball zu trennen war oder sich da irgendwie noch gedreht hat und den einfach am Gegenspieler vorbei, das sind halt so Elemente, die man sonst selten hatte bei der Eintracht. Hat mir auch sehr gut gefallen, ich hoffe, da ist jetzt irgendwie nichts Größeres an Verletzungen, weil das wäre sehr, sehr unpraktisch, wenn er wieder zurückgeworfen wird. Ja, Barkok scheint das zu bestätigen, dass er irgendwie weiterhin da so seinen Lauf hat. Funktioniert auch gut mit Silva zusammen, also auch positiv. Ja, ansonsten klar, dass man halt eigentlich kann, wenn man will, weil das war halt sehr, sehr ordentlich gespielt. Man kann nichts sagen bis zu diesem Punkt, wo dann alles durcheinander gegangen ist, aber bis dahin war das schon sehr gut gespielt und wenn sie es jetzt noch schaffen, das konzentriert zu Ende zu bringen und sich halt nicht so kleine, dumme Fehler zu leisten, vor allem dann gegen Ende, dann sind auch drei Punkte drin. Ich sehe halt nicht das Problem, ich sehe viele Mannschaften schlagbar und ich sehe auch die Eintracht, dass sie das Potenzial hat. Sie muss es halt irgendwie über die Bühne bringen und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass man jetzt einfach mal gewinnen muss und es dann besser wird, weil man dann irgendwie den Kopf frei hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht muss das jetzt einfach mal passieren. Ja, oder schreibe ich alles. Auf jeden Fall gehe ich bei allem mit. Eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzend dazu machen würde, wäre, auch ein Kostic hat heute mal wieder den einen oder anderen Laufweg gezeigt. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Konstanz und dieses, ich will ja gar nicht, dass wieder das System Kostic zurückkommt, weil das war mir alles ein bisschen zu Kostic-lastig, dass wir nur noch über die Seiten und so weiter und so fort gespielt haben. Auf der anderen Seite ist es mir im Moment noch ein bisschen zu wenig, ist glaube ich wirklich was, was wir mitnehmen können, dass wir wieder auch mehr auf die Außen vielleicht noch ausweichen können, weil es immer dann mal ein bisschen Platz auch gab. Ihr habt es schon richtig angesprochen oder Patrizia, du insbesondere, ein Barkok, der das ja auch wirklich technisch erst reinmacht, ein Younes, der einen Ball halten kann, der auch mal bissig einfach am Spieler dran ist. Es waren zwei, drei Situationen, da habe ich gerade dran gedacht, als du gesagt hast, ah, hat er sich gedreht, wo er einfach dann, ja, so ein bisschen nicklig einfach noch mit dranhängt. Nicht genug für eine gelbe Karte, dass es ein taktisches Foul ist, aber es ist einfach ein Spieler, der schon in der ersten Reihe stört, nervt und das Spiel vom Gegner kaputt macht. Das ist eine prima Situation. Ich hoffe wirklich auch, dass er schnell wieder zurückkehrt, hoffentlich im Idealfall auch schon am nächsten Samstag wieder spielt. Ein bisschen, tatsächlich hat mir ein Chor gut gefallen, als er reinkam, hat einfach neue Impulse gesetzt. Das wäre was für mich auch, ja, ich hoffe auch der Trainer hat das gesehen und hat jetzt nicht nur, ach naja, der Younes ist jetzt rausgegangen, da habe ich ein Chor mal gebracht und das war auch wieder eher, eher, ja, mies, sondern ich fand es eigentlich nicht mies, sondern ich fand, Chor hat ein ordentliches Spiel gezeigt in der Zeit, in der wir ihn gesehen haben. Also könnte ich mir, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da vielleicht ein bisschen schneller noch reagiert wird und häufiger gewechselt wird. Und ja, hinten, muss man wirklich sagen, Patrizio, da hast du völlig recht, ein Hindi kommt wieder an, ja, ich sag mal, schönere Zeiten kann er wieder ranreichen. Ja, da muss man halt jetzt einfach gucken, jetzt wird es halt auch mal wieder für ein schönes Kopfballtor nach einem Standard oder sowas, dass er vorne auch wieder ein bisschen gefährlicher wird und ja, dann sehe ich da eigentlich auch wirklich gute, gute Chancen, dass es insbesondere hier auch nächste, am kommenden Samstag schon klappen kann, auch wenn Augsburg ja auch tabellarisch, glaube ich, bei uns direkt der, direkt der Nachbar ist, oder wie ist das? Wo ist das denn da eigentlich? Also die sind jetzt aktuell hinter uns, haben aber halt auch noch ein Spiel weniger. Ja, also ich sag mal so, am aktuellen Spieltag gegen Schalke, ne? Nee, das war Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld. Ja, gut, ich bin schon durch mit der Welt. Bielefeld, die sich jetzt so langsam da unten raus mogeln. Ja, muss man jetzt gucken. Ja, René, was nehmen wir von deiner Seite aus mit? Oder was können wir noch mitnehmen? Gibt es noch was, was wir noch nicht genannt haben? Also der wichtigste Punkt für mich wäre halt wirklich einmal, wie du schon so richtig, auch Patrizia so richtig gesagt hat, mit Silva haben wir einen extrem torgefälligen Stürmer da vorne, wenn man ihm die Bälle halbwegs vernünftig irgendwie ranbringt. Ich finde gerade in dieser zentraloffensiven Position dahinter haben wir eine gute Auswahl. Also ich würde mir jetzt tatsächlich auch schwer tun, jetzt mal angenommen, Younes bleibt fit. Die Entscheidung zwischen einem Kamada, einem Barkok und einem Younes da vorne drin ist halt tatsächlich nicht einfach, weil jeder für sich so ein bisschen seine Qualitäten hat. Ja, dann hört es aber auch schon wieder so ein Stück weit für das für das Positive auf. Also Tore schießen, schön und gut, schöne Offensivaktionen, aber es hilft dir halt am Ende nicht, wenn du halt hinten blump die Dinger da irgendwie kassierst. Ja, stimmt. Aber ich glaube zumindest, dass man daraus eine gewisse Menge an Motivation schöpfen kann, um damit gegen eine Mannschaft wie Augsburg zu spielen. Weil wenn du halt gegen Gladbach zeigst, dass du es schaffst, Tore zu schießen und halt aus blöden Situationen gegen Tore kassierst, dann kannst du dich ja zumindest daran so ein Stück weit hochziehen, zu sagen, okay, gegen Gladbach, äh, gegen Gladbach, sehe ich schon, gegen Augsburg, schaffen wir es wieder Tore zu schießen. Also zumindest dieses Problem können wir von der Liste streichen und wir müssen uns in Anführungszeichen nur um die Stabilität hinten kümmern und dafür zu sorgen, dass wir halt einfach mal 90 Minuten konzentriert hier wieder Leistung abliefern. Ja, hoffen wir es. Das Problem ist halt, wie gesagt, die zuletzt halt gegen diese Mannschaften, ne, wir wissen ja alle, was passiert ist, was mich aber halt stört, also das kann doch nicht die Ausrede sein, es kann doch nicht sein, dass man gegen Gladbach so eine Leistung abliefert. Wenn du diese Leistung einfach gegen Augsburg spielst, gewinnst du das Ding. Fertig. Genau so ist das nämlich. Wenn du in der Vergangenheit diese Leistung gegen 12 andere Vereine gespielt hättest, hättest du da auch die Punkte mitgenommen. Aber wir haben doch gesehen, gegen Gladbach heute auch, die Abwehr, weil wir gesagt haben, die Abwehr, ja, naja, da müssen wir schauen, es waren ja heute wirklich nur individuelle Fehler. Ob es denn der Freistoß war, Patrizia hat es genau richtig gesagt, so ein Sonntagsschuss, den macht der eine, einer von 20, 30 Bällen, geht dann so rein und da haben wir natürlich das Pech, dass das heute der Stindl das Tor gegen uns macht. Das war aber auch nicht rausgespielt. Dass du ihn an dieser Stelle verursachst. Stimmt. Auch cleverer sein und dann halt eben sagen, okay, zentrale Position vorm 16er, ich muss dem jetzt zwar den Ball wegnehmen, aber ich muss es halt vielleicht auch irgendwie ein bisschen cleverer machen. Ohne ein Foul, genau. Nee, das ist auf jeden Fall so. Aber ich meine nur, die haben uns ja nicht, also selbst Gladbach, die ja wirklich eine hervorragende Offensive haben, haben gegen uns aus dem Spielerischen her, wenn du mal das letzte Tor, wo eh alles hektisch war, alles war gewechselt und das 3-3, das war dann halt fertig. Aber das war ja auch nicht spielerisch. Das war ja auch so, wir sind in der fünften Minute von sechs Minuten Nachspielzeit. Wir machen jetzt hier hoch und weit rein in den gegnerischen 16er, um zu hoffen, dass irgendwer da an den Ball rankommt. Also das war ja jetzt auch nicht mehr irgendwie mit, ich umdribble jetzt hier 3-Mann-Spiel, zwei Doppelpässe, tunnel den einen noch, mach noch irgendwie einen Übersteiger und sonst irgendwas. Das war ja auch nicht spielerisch und irgendwas, das war ja auch nur hoch und weit. Ja, genau. Aber da hast du völlig recht. Da siehst du ja, dass wir aus dem spielerischen, klar, da waren auch ein paar Chancen, wo man gedacht hat, puh, da hat Gladbach zum Glück haben die es nicht genutzt, die ja auch Gladbach sich rausgespielt hat. Aber alles noch überschaubar von der Menge her auch. Und wir haben uns nicht im Grunde Boden gespielt. Und das ist doch was, wo man wirklich sagen kann, wenn wir, und das halb hoffe ich das auch, und Patrizia, da hast du völlig recht, es kann nicht die Ausrede sein, gegen die Starken strengen wir uns mehr an und gegen so vermeintlich schwache Gegner wie Augsburg können wir uns nicht motivieren. Da werde ich natürlich wahnsinnig, weil wir haben es ja schon oft jetzt auch in der Sendung besprochen, wir müssen einfach uns motivieren und die Leistung und immer die Bestleistung abrufen, denn das brauchen wir, um im Endeffekt hier ordentlich zu punkten. Und gegen Augsburg tatsächlich ist jetzt die nächste Chance, das Modell, was wir aber heute auch wieder gesehen haben, das Konstrukt, was ja wirklich über lange Zeit gut funktioniert hat, auch wieder rüber zu hieven. Und Hütte ist ja normalerweise, wenn wir mal bedenken, das ist ja jemand, der auf Kontinuität total steht. Klar, jetzt kann es sein, Younes hoffentlich fällt er nicht länger aus, guten Abraham fällt auch raus, da muss gewechselt werden. Auf der anderen Seite sind es punktuelle Wechsel. Das System hat eigentlich über lange Zeit heute gut funktioniert und macht eigentlich Hoffnung, gerade weil Hütte eben auch eben so ein Kontinuitätsmensch ist, dass wir sagen, okay, vielleicht sehen wir bis auf ein paar Positionen, selbe Aufstellung, selbes System, selbes Konzept und dann müsste normalerweise gegen Augsburg auch was drin sein. Ja. Sollen wir mal ein bisschen Aufstellung basteln? Wir können auch uns nochmal mit der Aufstellung befassen, ja. Lass uns doch mal mit der Aufstellung befassen. Also. Trap. Safe. So. Dann wird es davor schon interessant. Abraham ist raus. Ein Dicker müsste theoretisch wiederkommen. Hast du dann wieder das Problem mit den beiden Linksfüßen? Das ist aber, glaube ich, in der Situation muss man da einen sauren Apfel beißen, weil die Alternative wäre Tuta, ne? Die Alternative wäre Tuta oder Ilsanke. Also, wenn ich mir was wünsche... Was ist denn... Könnte, hätte ich gesagt, ein Dicker auf links, Hasebe in der Mitte, Hinteregger auf rechts. Ich vermute allerdings, dass die wahrscheinlichste Aufstellung Hinteregger, Hasebe und Ilsanke sein wird. Ilsanke, okay. Ne, das würde ich halt no hate, aber würde ich irgendwie ungern sehen, weil... Ich habe nicht gesagt, dass ich das sehen will. Ich glaube allerdings, dass das das ist, was der Trainer auf seinen Zettel schreiben wird. Ich weiß es nicht, weil wenn ein Dicker zurückkommt, sagen wir, der ist wieder fit, dann ist es ja eigentlich ein 1 zu 1 Ersatz und klar hast du diese zwei Linksfüße, aber wir haben ja gesehen, dass Hinteregger und ein Dicker jetzt zuletzt auch zusammengespielt haben. Also, er hat sich ein bisschen dazu überwunden. Da war er bei Hinti auf der mittleren Position. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, einem beraubst du dann halt den Spielaufbau. Da musst du halt überlegen, gefällt dir der Spielaufbau von Dicker oder Hinteregger besser? Ja, deswegen fände ich halt eigentlich die Variante mit ich lasse beide spielen gut, weil dann hättest du halt zwei Spieler die Spielaufbau von da hinten raus betreiben können. Ja, und du hast halt die Absicherung mit einem Hasebe da hinten. Also Wunschvorstellungen auf jeden Fall in Dicker einfach für Abraham, oder? dass das ein 1 zu 1 Wechsel ist. Das wäre, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es das tatsächlich, ja. Weil Hinteregger, und da haben wir auch schon das letzte Mal darüber gesprochen, ihm liegt es einfach doch mehr auf dieser linken Verteidiger-Position zu spüren, ne? Ja, schon. Also, Patrizia, du hast es glaube ich vorhin angesprochen auch, er kommt jetzt langsam so wieder in seine alte Form. Ich glaube, das liegt auch tatsächlich mit unter anderem an diesem Positionswechsel wieder, ja, einfach seiner Spiel, ja, seiner Spielklasse wieder mehr entspricht. Ja. Wobei wir da ja jetzt auch gucken müssen, das ist ja jetzt halt ein Spiel, was man ohne Abraham überbrücken muss. Ja, 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 Aber schon halt ein wichtiges, also, du kannst es dir halt jetzt auch nicht erlauben mit, naja, wir machen mal so irgendwie, da machen, du musst halt schon im besten Fall da drei Punkte mitnehmen. Was wäre denn auch noch mit Touré für rechts, für die Abraham-Position? Touré war ja heute gar nicht im Kader. Das wäre ja eigentlich, das ist ja gelernter Innenverteidiger, oder? Das ist gelernter Innenverteidiger und tendenziell auch eher so auf dieser rechten Innenverteidiger-Position, ja. Wäre vielleicht auch noch eine Alternative. hat aber irgendwie in der Vergangenheit auch nicht immer so gut da an dieser Stelle ausgesehen. Stimmt schon, ja. Ja. Aber, also ich würde sagen, wir, am Ende drehen ja sowieso, wieder was völlig verrückt. Ende wird der Trainer sowieso Insanker da hinstellen, das muss uns vollkommen klar sein, aber wenn wir uns was wünschen dürften, dann Hinti, Hasebe, Ndika. Okay. So. Er wird ja jetzt nicht überraschend auf eine Viererkette stellen, dass er nur zwei Innenverteidiger braucht, oder? Das ist, also, ich habe kurz drüber nachgedacht, ich halte es für unwahrscheinlich, wie Dennis schon sagte, er ist halt auch eher so einer, der dann auf Kontinuität ist und ich glaube, das ist halt auch so ein Spielprinzip, was wir jetzt noch nicht wirklich viel gemacht haben. Ja. Und du hast jetzt wenig Spielraum für Experimente, also, den Move fände ich jetzt schon sehr bold. Fiel mir nur gerade ein, dass es ja auch eventuell irgendwie gehen könnte, aber ich glaube es auch nicht. recht, ja. Ja, aber dann hast du halt auch wieder Hasebe so als klassischen Innenverteidiger und nicht auf dieser Libero-Position oder du müsstest... Ja, wahrscheinlich nimmt man ihn dann wieder raus. Dann müsstest du ihn wieder rausnehmen. Das glaube ich auch, ja. So, und dann ist halt auch wieder so die Frage, was machst du dann? Lässt den Willems dann auf links laufen oder Ndika auf links und wen packst du dann in die Innenverteidigung? Also, das hat wesentlich mehr Unsicherheiten als in dieser Dreierketten-Variante. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, mit was wir gehen wollen. Wollen wir unsere Wunschaufstellung nehmen oder wollen wir, was wir denken, was Hütter tun würde? Weil das unterscheidet sich ja so, wie ich das jetzt rausgehört habe ein bisschen. das unterscheidet sich dann doch deutlich. Ich kann es ja einfach mal dahinter schreiben. Also, wir hätten gerne Ndika, am wahrscheinlichsten ist er bei Ilse. Ist das denn am wahrscheinlichsten? Wirklich, ja. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich denke, dass auch ein Hütter erkannt hat, dass ein Ilse kein Innenverteidiger ist eigentlich. Ja, wobei er auf der Innenverteidiger-Position, wenn er gespielt hat, auf der Innenverteidiger-Position teilweise bessere Spiele abgeliefert hat als in der defensiven Mittelfeldrolle. Findest du? Wirklich? Glaubt ihr auch, das tut er so komplett außen vor, sei so, dass der gar nicht in Betracht gezogen wird? Weil, ich meine, der hat ja schon auch ein Spiel gemacht. Er hat auch schon ein Spiel gemacht, ja, aber in der aktuellen Situation würdest du ihn halt so sehr da direkt hinstellen. Ich glaube tatsächlich, dass einfach ein Tutor hinter einem Indiker ist. Das ist meine Herangehensweise. Du brauchst den ja schon für die Zukunft. Und so wie ich es sehr verstanden habe, ist ja schon auch die Idee, dass er dann auch ein Stück weit Abraham ersetzen soll, wenn der dann ab Januar dann raus ist. Also, du musst ja früher oder später mit ihm anfangen. Aber in der jetzt aktuellen Situation, gerade nach dem Spiel heute, ihn dann da hinzustellen und dann hat er eine blöde Situation, weil ihm halt einfach Spielpraxis fehlt oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, unerfahren, whatever, dann wird er doch sofort in der Luft zerrissen. Ja, stimmt schon. Ja, also keine Ahnung, nominell sollte es ja klar sein, dass man eigentlich Hinti, Indiker und Hasebe spielen lässt, einfach vom Niveau her. Ja, mal sehen, was das halt mit dieser Linksfuß-Geschichte, weil ein Linksfuß muss halt dann auf rechts gehen. Ein Linksfuß muss dann auf rechts gehen, das hatten wir auch schon mal in einem Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig in welchem, aber wir hatten das schon. Da hat er uns auch überrascht. Wir werden sehen. Aber ich würde sagen, dann machen wir da erst mal einen Haken dran. Wir schreiben mal hin, Indiker spielt irgendwie in dieser Dreierkette und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, und dann ist jetzt die spannende Frage, Mittelfeld. Also links ist, glaube ich, die unspannendste Variante, Kostic. Also very obvious. Auf jeden Fall. So, und dann ist die Frage, in der Mitte dazwischen, wo wir heute einen Rode und einen So hatten. Ich fand, die haben das ganz ordentlich gemacht eigentlich, bis, ja, Patricia, du hast es vorhin richtig angesprochen, So war dann halt extrem platt. Hatte er sich nicht auch beim Wechsel auch so ein bisschen an den, an den Oberschenkel gefasst? Oder hatte ich das? Rode meinst du? Nee, So. So wurde gar nicht ausgewechselt, oder? Okay, dann hat er aber zwischendrin eine Situation, wo der sich mal so ein bisschen da blöd an den Oberschenkel gepackt hat. Okay. Also, die werden alle angeschlagen sein, leicht. Jetzt müssen sie einfach, wie man so schön sagt, mal in die Eistonne und dann am Samstag wieder fit sein. Hoffen wir einfach mal drauf. Also, wenn sie fit sind, beide, könnte ich damit leben, auch in dem nächsten Spiel nochmal die beiden zu sehen. Alternativ, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, Core hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Würde ich auch ein Core mal hinstellen, aber also, eine Not sehe ich nicht und wenn wir dann wieder den Punkt nehmen, Hütter, Kontinuität und so weiter, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mit Sohn Rode gehen. Oder, Patricia, wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also, wenn sie fit sind, wenn jetzt auch nicht irgendwie rotiert werden muss, weil ich gehe davon aus, der Trainer wird ja mit den Spielern sprechen, fühlt ihr euch fit, seid ihr bei 100 Prozent, könnt ihr spielen. Wenn das der Fall ist, ja, wenn nicht, muss halt rotiert werden, wobei ich mir jetzt denke, das ist jetzt einmal eine englische Woche. Ich weiß nicht, es war vielleicht einmal noch mit dem Pokal oder so, aber sonst, es ist jetzt im Vergleich zum letzten Jahr sehr, sehr ruhig. Also, da wird man die eine englische Woche wohl auch irgendwie noch über die Bühne bringen können. Deswegen, ja, wenn alle fit sind, die jetzt keine Blessuren aus dem Spiel davon getragen haben, dann würde ich auch mit Rode und So, glaube ich, gehen. Ja. Und dann ist jetzt die spannende Frage, auf rechts, heute hat gespielt Durm, der ja auch sensationell dann dieses Tor, was ja eigentlich vorher, schon fünf Minuten vorher klar war, dass es kein Tor werden wird, weil, ich weiß gar nicht, war es Plea, 18 Kilometer im Abseitsstand, aber nee, wir lassen die Fahne mal unten und lassen den Kerl da mal reingrätschen und heben dann die Fahne. Also, ganz ehrlich, ich anstelle von Durm, ich wäre zum, zum Schiedsrichterassistenten gegangen und er hätte ihm seine blöde Fahne quer ins Maul geschoben. Der arme Junge, ey, es hat mir so leid getan, wie er so seine letzte, seine letzte Luft und seine letzten, weiß nicht, Kräfte aus dem Bein geholt hat, um da noch reinzurutschen und das zu klären und dann hebt er so provokant die Fahne und sagt, ja, schön geklärt, aber wäre sowieso Abseits gewesen. Aber jetzt, jetzt stell dir das doch nur mal, das habe ich mir nämlich in dem Moment überlegt, du hast da einen Spieler, der da wirklich total am Ende seiner Kräfte ist, der da irgendwie reinrutscht, sich dabei am besten noch irgendwie verletzt und dann geht die Fahne hoch. Also, total unmotivierte Aktion oder unnötige Situation. Also, warum denn? Ich verstehe ja, dass man sagt, lass die Fahne so lang wie möglich unten aber ganz ehrlich, der stand doch fünf Meter hinter der Abwehrlinie. Ja, genau, das ist es nämlich, ja. Also, selbst wenn du danach sagst, ja, ich lasse es mal überprüfen, ob er nicht vielleicht irgendwie einen Schritt weiter vorne war, dann war er immer noch einen Kilometer im Abseits. Ja, also in der Situation konnte man es wirklich nicht nachvollziehen und ja, muss man wirklich sagen, er hat ja auch ein bisschen betröppelt dann geguckt, kann man nachvollziehen. also trotzdem, ich muss sagen, jetzt war er, glaube ich, vier oder fünf Spiele in Folge, ja in der Startelf, nachdem er ja vorher gar nicht berücksichtigt wurde. Ja. Hat er ordentlich gemacht eigentlich? Ich sehe allerdings einen Wechsel kommen. Ich sehe da einen Wechsel kommen. Okay. Und zwar, wer kommt deiner Meinung nach? Wirklich? Da Costa dann, weil er näher dran ist und immer mal seine Zeit bekommt? Ja. Okay. Ich könnte mir das vorstellen und ich würde es tatsächlich auch gerne mal versuchen, weil da Costa durchaus auch ein schneller Spieler ist und du vielleicht dann tatsächlich mal wieder so taktisch ein bisschen mehr über die Außen noch gehen kannst mit schnellen Spielern. Flanken vielleicht jetzt nicht so das beste Mittel, aber du hast ja heute auch gerade in der letzten Situation wieder gesehen, er hat durchaus auch so seine Momente. Also es wäre tatsächlich für mich eine Option. Ist er bedürmlich eher der Abwehr, der Defensivstärkere und auf der Seite hast du ja eigentlich mit Barkok dann jemanden, der das ganz gut bearbeitet? Anstatt jetzt, ich sage mal, da Costa, da hast du völlig recht, der natürlich auch seit 100 Jahren keinen Lauf mehr an die Grundlinie gemacht hat und die Flanken aus dem Halbfeld ja, naja, ich sage es mal so, die Flankenhäufigkeit, die wir damals mal hatten, da kam dann auch immer mal was Gutes an. Mittlerweile kommen nicht mehr viele Flanken und dadurch ist auch eigentlich dann nur Mist gewesen, was da reingetrudelt ist. Also ich sehe es, ich muss wirklich sagen, ich sehe aus diesem Wechsel jetzt noch nicht so wirklich den Matchpoint oder den entscheidenden Punkt, der uns wirklich so weiterhelfen kann. Aber, also wir können es gerne mal versuchen. Es schadet ja nicht, da auch mal ein bisschen zu rotieren. Wie würdest du denn aufstellen? Warum? Also meiner Meinung nach, ich würde wieder mit Durm spielen tatsächlich und hätte Chandler eigentlich gerne mal gesehen, weil das auch für mich so jemand ist, der, den hätte ich auch normalerweise heute, muss ich wirklich sagen, eher in der Schlussphase nochmal gebracht, weil der sich auch nochmal so richtig aufreibt, nochmal einfach auch die Spielerfahrung mitbringt. Aber das ist eine andere Geschichte. Also für mich, meiner Meinung nach, muss man an der Stelle nicht wechseln. Aber klar, wenn der Spieler platt ist oder man sagt, man will mal einen neuen Akzent da setzen, da Costa spielt natürlich ganz anders und ist auch eher dann für die Offensive, finde ich zumindest, dass er in der Offensive eher seine Stärken hat als in der Defensive. Da würde ich dann eher mit Durm gehen. Patricia, wie siehst du das? Ja, auch. Also eigentlich, ich würde, glaube ich, auch weiterhin Durm aufstellen, wenn er fit ist. Das ist natürlich so der Punkt. Wenn nicht, dann sehe ich wahrscheinlich dann auch da Costa am nächsten dran, einfach weil er halt auch seine, ja, hat jetzt auch die Einwechslung bekommen, hat jetzt auch gespielt. Ich will nicht jede Woche damit ankommen, aber was ist eigentlich mit Touré passiert? Ich weiß, dass der relativ inkonstant ist. Ich sehe aber da auch immer wieder noch Potenzial, keine Ahnung warum. Ich glaube, Basti ist auch so jemand. Schade, dass er uns schon verlassen hat. Aber ja, Touré hat jetzt irgendwie so ein bisschen diese Turmrolle eingenommen, die Durm vorher hatten. Ja, richtig. Er ist halt für Durm rausgerutscht. Ja, vielleicht hat das dann auch seine Gründe aus den Trainingsleistungen oder so, dann ist das für mich okay. Wollte es nur mal hier anbringen, dass ich auch da vor allem aber auch offensiv mehr Potenzial sehe. Also ähnlich wie der Costa dann wohl eher für die Offensive. Ja. Durm ist so ein, ja, defensiv ja auch relativ stark. Deswegen, also ich würde mit Durm gehen, wenn er denn kann. Okay, dann habe ich jetzt mal Durm aufgeschrieben und in Klammern da Costa und dann jetzt die Frage Einstürmer oder Zweistürmer, weil damit klärt sich ja auch, ob ein Zentraloffensiver oder zwei Zentraloffensiver. Gut, da muss ich tatsächlich eher sagen, wenn Younes fit ist, dann würde ich tatsächlich wieder mit dem selben System Barcock, Younes, Silva spielen. Wenn Younes nicht fit ist, weiß ich nicht mal, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt einen Kamada dann auf der Position stehen haben will. Da würde ich dann sagen, vielleicht mal mit zwei Stürmern gegen Augsburg versuchen. Also, ich muss wirklich sagen, das mache ich ein bisschen abhängig davon, ob ich einen Younes auch wieder zur Verfügung habe oder nicht. aber also, hat mir halt heute wirklich in der Konstellation über lange Zeit sehr gut gefallen, was da vorne passiert ist und es halt wäre schade, Dost jetzt wegzuwerfen. Gerade, muss man ja auch sagen, Silva und Dost haben auch teilweise wirklich ja gut harmoniert, auch mit dem Kamada. es ist halt, man kann es einfach nicht sagen. Ich muss sagen, gegen Augsburg, finde ich, kann man auch mit zwei Stürmern spielen. wenn man sich die Chancen gut erspielt. Auf der anderen Seite, wenn Younes da fit sein sollte, finde ich, hat er auch wieder Spielzeit verdient da vorne. Verdient hat er es auf jeden Fall. Ich befürchte allerdings, dass er nicht spielen wird. Zum einen, weil jetzt unklar ist, was mit dieser Verletzung ist und zum anderen hatten wir auch bislang immer so dieses Thema, das angemerkt wurde, dass er auch nicht so vom Fitnesslevel da irgendwie hinkommt und dann jetzt in dieser englischen Woche da in kurzem Abstand zwei Spiele von Beginn an, weiß ich nicht, glaube ich, eher nicht so recht dran. Ja, glaube auch nicht ganz dran, obwohl ich es halt, also mir hat es auch sehr gut gefallen. Wäre halt schön, das nochmal zu sehen. Andererseits weiß ich auch nicht, wurde Kamada jetzt draußen gelassen, um das mal auszuprobieren oder war das jetzt auch schon so ein bisschen Rotation zumindest, dass man sagt, hey, nächstes Spiel spielt dann halt wieder Kamada und einer der beiden anderen geht raus oder sogar beide und wir haben eine Doppelspitze. Weiß jetzt halt nicht, was geplant ist. Wird Fans aber auch irgendwie für Kamada ein bisschen schade, wenn er wieder als einziger Zentraler spielt, also zentraler Offensiver, mit Dost und Silver, weil das halt irgendwie auch immer eine schwere Aufgabe ist. Du musst halt, wie gesagt, beide immer in Szene setzen. Also das sind beides Stürmer, die du in Szene setzen musst. Und ich finde, das ist eine undankbare Aufgabe, ohne einen zweiten, weil jetzt Silver wurde ganz gut auch in Szene gesetzt, weil halt eben auch Barkok und Younes da waren und die konnten dann im Trio so ein bisschen sich gegenseitig da aushelfen. Das würde Kamada, glaube ich, auch, ich bin immer noch dabei, dass es ihm auch helfen würde, wenn er da einfach Barkok oder Younes an seiner Seite hat und dann halt mit Silver zusammen. Das würde, glaube ich, ähnlich gut funktionieren. Deswegen, ich sehe da nicht, dass Kamada irgendwie hinten runterfällt und dass man sagt, wenn man jetzt Younes oder Barkok rausnimmt, ist das eine Verschlechterung, Kamada zu bringen. Das sehe ich halt nicht. Man hat halt die Qual der Wahl, was ja irgendwie auch gut ist. Irgendwie aber auch schade, weil man, weil jeder so ein bisschen seine Vorteile mitbringt. Ich kann mich da sehr, sehr schwer entscheiden gerade. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Für mich wäre dann allerdings gerade so der Punkt, den du angeführt hast mit, es sind beides Spieler, die in Szene gesetzt werden müssen. Ein wichtiger. Und von daher wäre ich dann tatsächlich eher für zwei Zehner und ein Stürmer wieder. Klar. Und da Silver ist, denke ich, auf jeden Fall, gerade nach der Leistung heute wieder gesetzt, also bevor wir jetzt mit Dost anfangen. Ein bisschen abhängig dann auch hier von dieser muskulären Thematik, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit hätte ich gesagt, ja, dann ist halt die Frage, wer sind die zwei Zehner dahinter? Ich fände es ein bisschen unfair, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt Barkok rausnehmen würden, weil er da diese Scheiße gebaut hat und den Elfmeter verursacht hat. Weil ansonsten war das echt ein super solides Spiel. Der braucht auch, glaube ich, mal so ein paar Spiele hintereinander, wo er seine genialen Momente zeigen kann. Das muss ich schon sagen, ist so ein bisschen, wenn Barkok das konstant zeigen würde, ist das für mich der bessere Kamada, muss ich wirklich sagen. Kamada, technisch hat er das vielleicht auch drauf, aber es sind dann, da läuft einfach noch, das fällt mir vielleicht auch, oder ich bin einfach so deprimiert, was ich alles schon von Kamada gesehen habe, dass einfach die Einstellung ist, für mich steht ein Barkok vor einem Kamada. Jetzt muss man natürlich sagen, auf der anderen Seite, Younes, ihr habt es schon richtig gesagt, vielleicht ist er nicht fit oder er ist jetzt auch noch verletzt. Da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht für Younes dann spielt Kamada und könnte ich auch mitleben. Man, Barkok, Kamada und Silva, das wäre ja auch mal eine witzige. Was wir ja auch schon mal hatten und da gab es ja auch gute Tore und gute Spieltrüge, weil, wie Patricia sagt, die dann beide so ein bisschen darauf achten konnten, Silva in Szene zu setzen. Beide auch durchaus Spieler sind, die auch mal auf die Außen gehen können, gerade ein Barkok, der dann vielleicht auch mal sich so ein bisschen eher nach rechtsaußen orientiert und damit dann auch so ein bisschen Platz für Kamada in der Mitte schafft. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Es wäre auch tatsächlich so meine präferierte, Variante mit Kamada, Barkok und Silva. Ja, ich glaube auch, ich glaube, was Dennis auch sagt, dass er Barkok vor Kamada sieht, ich glaube einfach, Barkok ist nicht so verkopft wie Kamada. Ich glaube, Kamada macht sich viel, viel mehr Gedanken und deswegen ist das dann auch so, dass er dann vielleicht einen Haken zu viel macht oder zu spät abspielt oder irgendwie sowas. Ich glaube, der denkt zu viel, weil bei Barkok habe ich das Gefühl, er macht das so intuitiv ein bisschen. Was du heute ja zum Beispiel bei diesem 3-1 gesehen hast, das war jetzt bestimmt nicht, ich mache jetzt hier mal 43 Überlegungen, was passieren kann und mal noch irgendwelche Formeln an die Wand, sondern das war halt einfach, komm, ich will mal bucke, ich will mal links, ich will mal rechts. Genau, wie dann auch, also viele so Bolzplatz-mäßige Kommentare gab es ja, auch von dem Kommentator, der sonst nicht viel richtig gesagt hat. Das hat ihm wahrscheinlich auch einer vorgesagt, auf die Idee ist der nicht von alleine gekommen, das traue ich mir. Aber es ist wirklich so ein bisschen mehr Leichtigkeit, habe ich das Gefühl bei Barkok, weil er einfach nicht so sich so krass Gedanken macht. Ich glaube, der macht einfach und bei Kamada ist das so ein bisschen, der hemmt sich manchmal selbst, glaube ich, weshalb, er stoppt sich da selbst auch ein bisschen dadurch. Andererseits hat man dann bei Barkok dann das Ding, dass das halt auch so ein bisschen kopflos werden kann. Ja, aber vielleicht ist das ja gerade deswegen eine gute Kombination. Du hast auf der einen, der halt eher so Gefühlsfußballer ist und vielleicht halt auch manchmal einfach so ein bisschen sinnfreie Aktionen hat und dann hast du auf der anderen Seite halt eher so den Professor, der irgendwie alles noch 15 mal durchrechnet. Vielleicht ist das halt einfach genau diese Kombination, die es an dieser Stelle braucht. Ja, also zwei Zehner haben wir jetzt schon beschlossen mit Silva. Und ja, also weiß nicht, ich würde wahrscheinlich Kamada Barkok, weil ich einfach irgendwie gerade davon ausgehe, dass Younes nicht fit genug ist, um noch ein Spiel zu machen, weil er jetzt auch ein bisschen angeschlagen war. Ja. Das ist jetzt, was mir gerade die Entscheidung so ein bisschen, weil ansonsten wüsste ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, aber das klingt doch schon mal nicht schlecht. Und vielleicht wird ja auch irgendwann mal der Trainer dazu kommen, dass man nicht erst in der 80. Minute oder sonst wann wechseln muss, darf. Und vielleicht, vielleicht, weiß nicht, wenn das nicht klappt, hat man immer noch die Möglichkeit, einen rauszunehmen und Dost vorne mit reinzustellen, dann spielst du halt mit zwei Spitzen. Genau. Ist ja auch ein, ja, kann ja sein, dass du irgendwie merkst, hey, wir bräuchten so einen Leuchtturm vorne, das würde helfen. Ich weiß nicht, ob das Hütters Sache ist, dann auch darauf zu reagieren und den passenden Spieler frühzeitig einzuwechseln, aber die Möglichkeit besteht, ja. Das ist korrekt. Gut, dann haben wir unsere Aufstellung fertig. Dann machen wir jetzt noch Ergebnistipps und dann würde ich sagen, haben wir genug über Eintracht Fußball diese Woche gesprochen. Und Patricia darf wieder anfangen. Tipp für Augsburg. Yes. Uff, also. Ich sag, es wird ein 2-1 für die Eintracht. Jetzt tippe ich doch mal auf Sieg Eintracht, weil langsam muss es passieren. Es ist jetzt einfach mal soweit. Es ist jetzt endlich mal soweit, okay. Gut, ist notiert. Dennis? Ich setze noch ein Tor drauf. 3-1. Offensive hat ja wirklich gut funktioniert. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier endlich mal das Ding über die Ziellinie retten. Teil 1, ja. Ich schwanke so ein bisschen, durch welches Tor ich gehen soll, weil ich nicht weiß, hinter welchem jetzt gerade der Zonk sitzt. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Das wird ein 1-0, also 0-1, also 1-0 für die Eintracht. Okay. Wahrscheinlich irgendwie. Schön, dass du noch Hoffnung auf ein 2-0 hast. Ja. Das habe ich komplett, das ist bei mir komplett gestorben, glaube ich. Es wird aber kein schönes 2-0, sondern wahrscheinlich irgendwie frühes Tor für uns und dann einfach so irgendwas zwischen 83 und 85 Minuten purer Wahnsinn und darauf hoffen, dass keiner der Bälle von Gladbach, sag ich schon, von Augsburg ankommt. So ein richtig nervenaufreibendes Spiel, wo du danach irgendwie erst mal 13 Minuten heulend unterm Tisch liegst. Und soll ich jetzt mal den Jörg Träger machen und fragen, was in der Tor 2 war? Ein 0-0. Ein 0-0. So ein ganz spannendes 0-0, verregneter Samstag, gar kein Bock. 0-0, 90 eklige Minuten, ohne eine einzige vernünftige Torszene. Am besten noch mit so einem... Also endlich mal wieder unentschieden, ne? Endlich mal wieder unentschieden, am besten noch am Ende mit so einer Expected Goals-Statistik irgendwie 0,12 zu 0,11. Irgendwie sowas. Das wäre Tor 2 und hinter Tor 3 ist wahrscheinlich dann der Zong. Vielleicht ist das aber auch der Zong, wer weiß das schon so genau. Ja gut. Also ich sag mal so, mit den getippten Ergebnissen können wir glaube ich ganz gut leben. Ja, wenn das denn tatsächlich mal so eintritt. Ansonsten muss ich doch langsam anfangen, gegen die Eintracht zu tippen, weil immer wenn ich optimistisch war, dass sie gewonnen haben, war nachher irgendwie nur ein Unentschieden da. Das war dann schon ein paar Mal jetzt, ja. Das war ein paar Mal, ja. Leider Gottes. Und ich ärgere mich gerade auch noch so ein bisschen. Ich hatte in der 91. Minute noch überlegt, ob ich einfach den Basti-Move mache und einfach aus so reinem Selbstschutz 20 Euro bei Tipico auf einen Unentschieden setze. Ich habe nicht nach der Quote geguckt, aber es wäre bestimmt eine großartige Quote gewesen in der Sekunde. Bestimmt, ja. Davon ist auszugehen, ja. Davon ist auszugehen, ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben damit ausreichend über Fußball gesprochen. Wir entlassen euch da draußen jetzt in diese vielleicht noch angenehme Woche. Denkt nicht so viel über Fußball nach. Das macht euch auf Dauer nicht glücklich. Ja. Übersteht diese kommende Zeit, gerade jetzt mit diesem beginnenden Lockdown morgen oder wenn ihr das jetzt hört, dann schon quasi jetzt in diesem Moment. gut. Bleibt gesund. Wir warten mal auf dieses Augsburg-Spiel und ja, werden in der nächsten Woche mit ein bisschen Abstand zu diesem Augsburg-Spiel und mit Sicherheit oder hoffentlich noch vor Weihnachten, mal gucken, wie das jetzt alles so läuft, noch mal eine kleine Folge aufnehmen, noch mal über dieses Augsburg-Spiel sprechen und ja, vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen Analyse betreiben, wie bis dahin diese Hinserie gelaufen ist und was das jetzt vielleicht für Konsequenzen in dieser kurzen Winterpause bedeutet. Und wir haben ja auch noch dieses Thema der TV-Gelder offen. Das wollte Marvin ja gerne noch mit uns besprechen, der sich aber heute auch einfach mal einen Moment rausgezogen hat, was, glaube ich, in der aktuellen Situation auch für jeden mehr als nachvollziehbar ist. Aber in diesem Sinne, genießt irgendwie den Rest der Woche und wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.